Autohaus Dockitsch in Gärmaringen, vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan. Direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dockitsch mit Team. Einen schönen guten Abend mit den Allgäu-TV-Nachrichten. Oberstdorf freut sich über den Zuschlag für die Skiflug-WM 2026, ganz besonders nachdem die Nordische Ski-Weltmeisterschaft im letzten Jahr ja ohne Zuschauer stattfinden musste. Und auch das ist heute aktuell in der Region. Klimawandel sorgt für Stress. Fichten blühen häufiger als früher. Weniger Milchdurst, wie sich der sinkende Milchkonsum aufs Allgäu auswirkt. Und Kempten am Malen ihrer Stadt zu Besuch bei CityX. Das Wetter im Allgäu, Sonne, Wolken und stellenweise Regen. Im Allgäu gibt es mehr Kühe als Menschen. Das ist ja ein altbekanntes Gerücht. Stimmen tut es zwar nicht, doch die Kuhbestände kommen schon sehr nahe heran an die Anwohner. Vor allem in Bayerns kuhstärkstem Landkreis, dem Ostallgäu. Hier leben insgesamt 140.000 Menschen und immerhin 130.000 Kühe. Viele von ihnen sind Milchkühe, sorgen für die Entstehung vom berühmten Allgäuer Käse. Doch es tut sich einiges in letzter Zeit am Milch- und Käsemarkt. Unsere Frage heute also, stehen die Allgäuer Traditionsprodukte vor der Krise? Milch, das Allgäuer Traditionsprodukt schlechthin. Doch er wird weniger, der Milchdurst der Deutschen. Während wir im Durchschnitt im Jahr 2000 noch 54 Kilo Kuhmilch pro Kopf verbrauchten, waren es 2021 nur noch knapp 48 Kilogramm. Am Böcklerhof in Kempten geben 100 Milchkühe täglich etwa 2000 Liter Milch. Direkte Auswirkungen von einem geringeren Milchkonsum merkt Markus Böckler bisher noch nicht. Doch er ist darauf vorbereitet, die Produktion zu drosseln, wenn es sein muss. Ich fahre die Mengen jetzt noch nicht konkret zurück. Das schwankt ja auch immer wieder. Weil je nach Jahr, nach Futtersituation und so weiter. Aber wenn der Markt das nicht mehr aufnimmt, dann werden die darauf reagieren und die Produktion auch zurücknehmen. Ein Grund für den nachlassenden Milchdurst könnte die Ernährungsweise der Deutschen sein. Zwei Prozent und damit mehr als anderthalb Millionen Deutsche ernähren sich inzwischen vegan, nehmen also keine Produkte tierischen Ursprungs zu sich. Wirkt sich das auch auf den Allgäuer Käse aus? Viereinhalb Millionen Liter Milch, also fast tausend dieser Wannen, werden hier in der Bio-Schaukäserei in Wiggensbach jährlich verarbeitet, zu etwa 500 Tonnen Käse. Hier ist die Produktionsmenge zuletzt sogar gestiegen. Die Mengen sind die letzten Jahre immer leicht gestiegen. Wir hatten also jedes Jahr leichten Zuwachs bis jetzt zu dieser Menge. Aber dieses Jahr wird es definitiv einen Rückgang geben. Wir werden auch etwas Milch verkaufen. Aber wie gesagt, das ist jetzt weniger der Trend aus der veganen Bewegung, sondern das ist einfach hier jetzt dem Markt geschuldet, dass der Verbraucher einfach deutlich zu günstigeren Produkten greift. Bei der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen Situation würden viele eher die günstigeren Käsesorten kaufen, beispielsweise die der Eigenmarken von Discountern. Das merkt Franz Berchtold auch daran, dass die Menschen in seinem Laden öfter auch mal zu den Angeboten greifen würden. Ob die kostenteuren Zeiten den ohnehin schon sinkenden Milchdurst noch mal verringern werden, wird sich dann wohl erst nächstes Jahr zeigen. Für den Moment jedenfalls ist man besorgt, stellt sich beim Bundesverband Deutscher Milchviehhalter vor allem eine Frage. Wie kann man auf rückläufige Nachfrage organisiert und wirkungsvoll reagieren? Also sprich, wenn die Nachfrage zurückgeht, müssen wir auch überlegen, wie reagieren wir mit dem Angebot? Und es bringt nichts, Menge anzubieten, die niemand möchte, beziehungsweise die dann mit Dumping-Methoden in den Markt gedrückt werden müssen. Eine Möglichkeit, Milch zu vertretbaren Preisen auch bei sinkender Nachfrage zu vertreiben, sei es, besser für sie zu werben. Die Menschen beispielsweise auch darauf hinzuweisen, dass die Kuhmilch in Sachen Klimabilanz nicht automatisch schlechter zu bewerten ist. Fest steht, die Milch bekommt zunehmend Konkurrenz. Wie gut sie sich gegen diese behaupten kann, werden die nächsten Jahre zeigen. In den letzten Wochen und Monaten hat vor allem eine Farbe unsere Umwelt bestimmt. Gelb. Erst war es gelber Sahara-Staub, der durch die Atmosphäre aus Afrika zu uns geweht wurde. Dann war es der Blütenstaub der Fichten, der sich auf allem, was draußen steht, niedergelassen hat. Blütenstaub ist ja zu dieser Jahreszeit an sich nichts Ungewöhnliches. Jeder Allergiker weiß das. Und doch ist der gelbe Staub auf Autos und Co. in diesem Jahr etwas Besonderes. In der Forstwirtschaft spricht man von einem Mastjahr. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Förster Roman Prestele. Wolken verhangen sind die Oberallgäuer Berge an diesem Vormittag. Der Natur hat der Regen gut getan und auch Allergiker können aufatmen. Heute fliegt kaum Blütenstaub durch die Luft. Im Gegensatz zu den letzten Wochen. Denn die Fichten blühen. Schon wieder, kann man fast sagen. Wir haben jetzt 2022 eine Fichtenblüte. Wir haben 20 schon eine gehabt und haben 18 eine gehabt. Und normalerweise kommt das so alle fünf bis sieben Jahre vor. Aber in letzter Zeit ist es relativ häufig. Und wie gesagt, da haben wir das jetzt fast im Zwei-Jahres-Rhythmus. Insofern ist es schon fast gewöhnlich geworden. Aber eigentlich ist es etwas Besonderes. Und zwar haben wir einmal einen Fichtenzweig mit männlichen Blüten. Also das sind hier diese Staubverursacher. Die werfen den Pollen ab. Man sieht das ganz gut. Die fallen jetzt dann auch im Laufe des Mai, Juni ab. Und die machen momentan auch die Bäume so braun. Die Bäume schimmern, wenn man in die Landschaft schaut, momentan so bräunlich. Das sind meistens diese männlichen Blüten. Und dann gibt es dazu weibliche Blüten. Ich habe hier noch eine. Das ist jetzt dann eine weibliche Fichtenblüte. Aus der wird dann so ein Fichtenzapfen. Der ist relativ weit. Also der ist jetzt befruchtet und reift jetzt aus. Man vermutet, man weiß es nicht, man vermutet, dass es mit dem Klimawandel zusammenhängt. Also dass die Bäume einfach versuchen, sich zu reproduzieren. Und das häufiger. Und man hat also noch keine Erklärung, aber man vermutet, dass es mit dem Klimawandel zusammenhängt. So ein Wetter wie an diesem Tag wäre für die Bäume ideal, sagt Roman Prestele. Dann kämen sie mit dem Energiebedarf der Blüte gut klar. Ganz anders sähe das bei einem trockenen Sommer aus. Heißer Sommer wäre schlecht für die Bäume, weil einfach dann weniger Wasser zur Verfügung steht. Die Bäume sehr stark transpirieren und dann, wie gesagt, für den Fruchthandsatz sehr viel Energie brauchen. Und das schwächt die Bäume natürlich. Und damit sind sie natürlich anfälliger gegen Schadeorganismen. Also speziell jetzt den Borkenkäfer. Bei der Fichte zum Beispiel. Es fruktifizieren ja auch andere Bäume. Auch die Eiche fruktifiziert sehr stark. Auch der Ahorn ist sehr stark. Also es sind auch die anderen Baumarten. Die Tanne ist auch dabei. Also es ist nicht nur die Fichte, die so stark blüht, sondern auch andere Baumarten. Aber bei der Fichte ist es halt bei uns so dramatisch mit diesem extremen Pollenflug. Milliarden Fruchtstände haben in den letzten Wochen für den vielen Blütenstaub gesorgt. Und die Fichtenblüte ist nicht nur etwas Besonderes. Die Förster haben dafür sogar eine eigene Bezeichnung. Ja, das Mastjahr ist ein historischer Begriff. Der kommt aus dem Mittelalter mehr oder weniger. Den verwenden wir in der Forstwirtschaft. Und zwar geht es darum, dass früher die Bauern die Schweine vorwiegend in den Wald getrieben haben. Und die haben dort Eicheln und Bucheckern gefressen. Und das hat es natürlich nicht jedes Jahr gleich gegeben. Und in einem Mastjahr, wenn es sehr viele Bucheckern und Eicheln gegeben hat, dann hat man die Schweine halt gut mästen können. Und daher der Begriff Mast. Und der gilt natürlich heute in der Forstwirtschaft auch noch. Wenn die Bäume sehr stark fruktifizieren, sehr stark blühen, sehr viel Samen hervorbringen, dann sprechen wir in der Forstwirtschaft von einem sogenannten Mastjahr. Gerade in so einem Jahr sei es nun wichtig, dass die Förster den Wald genau im Blick behalten, sagt Roman Prestele. Werden die Bäume die für sie stressige Blüte gut verkraften? Die kommenden Monate werden es zeigen. Stress für die Bäume könnte zusätzlich noch vom vermehrten Borkenkäferbestand in diesem Jahr kommen. Wir haben ja gerade gehört, dass die Fichten durch die starke Blüte dafür gerade besonders anfällig sind. Die kleinen schwarzen Käfer finden derzeit beste Voraussetzungen in unseren Wäldern. In Werthach und Hergazweiler hat man schon die Borkenkäfervorwarnstufe erreicht. Über 1000 Tierchen saßen jeweils in den vorbereiteten Fallen. Die Waldbesitzer müssen jetzt sehr achtsam sein und ihren Fichtenbestand auf den Borkenkäferbestand untersuchen. Für die insektizidfreie Aufarbeitung von betroffenem Holz gibt es finanzielle Unterstützung. Infos dazu beim zuständigen Revierleiter der Bayerischen Forstverwaltung. Und gleich das 9-Euro-Ticket sorgt für Stress beim Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben. Und die letzten Mai-Tage. Dieses Wetter erwartet uns am Wochenende. Waffenbeer. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Traditionell, innovativ und nachhaltig. Seit über 60 Jahren. Bei uns bekommen Sie professionelle Kundenbetreuung und alle Dienstleistungen rund um das Thema Mobilität aus einer Hand. Reisacher. Ein gutes Gefühl. Was ist das Beste? Was passieren kann? Finde es heraus. Lotto spielen bei Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. In ihrer Annahmestelle und auf lottobayern.de Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Media-Berater-Teams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV, Radio und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Freizeit, Urlaub, Reisen. Endlich geht's wieder los. Mit dem ADAC Reisebüro immer auf der sicheren Seite. Denn bei uns gibt's alles aus einer Hand. Wir sind gerne für Sie da. 18 Mal in Südbayern. Mit Haslach-Biketours aktiv und sicher unterwegs. Mehr sehen, mehr erleben, mehr genießen. Lassen Sie sich von unseren aktuellen Angeboten inspirieren. Auf haslach-biketours.de Und nun die Kurznachrichten aus der Region. Die Gemeinde Wildpolsried im Oberallgäu wurde für das Projekt Landstadt Bayern ausgewählt. Das Projekt wurde vom Freistaat Bayern ins Leben gerufen. Mit der Aktion sollen zehn kleinere Städte und Gemeinden im ganzen Freistaat Unterstützung erhalten, um als Wohn- und Arbeitsraum attraktiv zu bleiben. Hintergrund ist der, dass immer mehr Menschen vom Land in größere Städte abwandern. Dem soll damit entgegengewirkt werden. Die Kommunen, unter anderem auch Wildpolsried, werden jetzt von Fachleuten beraten, wie man bestimmte Areale besonders sinnvoll gestalten kann. Außerdem zahlt das Ministerium Fördergelder. Sorgen durch 9-Euro-Ticket Der Verkehrsverbund Bodo blickt mit Sorgen auf das 9-Euro-Ticket im Landkreis Lindau. Die Bilanz von 2021 mit Blick auf die Corona-Pandemie falle sehr ernüchternd aus. Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen, an dem das neue 9-Euro-Ticket für zusätzliche Probleme und Ängste sorgt, so der Verkehrsverbund gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Abgesehen vom großen Verwaltungsaufwand, den der Verkehrsverbund durch das Ticket habe, rechnet man zudem mit Enttäuschungen bei den Kunden. Denn die Kapazitäten, eine deutlich höhere Zahl an Fahrgästen zu transportieren, sei nicht gegeben. Für das Jahr 2023 werde der Verkehrsverbund die Tarife anheben müssen. Man werde für längere Zeit auf Hilfen angewiesen sein, so Bodo. Oberstdorf hat den Zuschlag für die Skiflug-WM 2026 erhalten, bereits das siebte Mal. Aufgrund einer turnusgemäßen Vereinbarung mit den anderen internationalen Skiflug-Destinationen war Oberstdorf alleiniger Kandidat für die WM in vier Jahren. Oberstdorf hat sich in den vergangenen Jahren ohne Zweifel zu einem der wichtigsten nordischen Skizentren weltweit entwickelt, so die Organisatoren. Die Infrastruktur und die organisatorischen Rahmenbedingungen sind dank der kontinuierlichen Arbeit gegeben. Die Veranstalter als auch das Gremium unter der Leitung von Bürgermeister Klaus King sehen die Ausrichtung der WM 2026 durchaus positiv. Allgäuer Musiker erspielen 4.000 Euro Spenden. Der Musikbezirk 2 Sonthofen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes spendet 4.000 Euro an die Ukraine. Der Verbund veranstaltete Mitte April einen Friedenschor vor dem Oberallgäuer Landratsamt. Während der Veranstaltung wurden Spenden gesammelt, insgesamt 3.100 Euro kamen dabei zusammen. Der Blasmusikbezirk 2 Sonthofen rundete die Summe auf insgesamt 4.000 Euro auf. Die Spenden kommen der Ukraine-Hilfe des Roten Kreuzes zugute. Soweit die Kurznachrichten, jetzt noch der Blick aufs Wochenendwetter. Heute Nacht regnet es fast im gesamten Allgäu. Nur im Unterallgäu bleibt es trocken und sternenklar. Die Temperaturen liegen bei um die 11 Grad. Am Vormittag weiterhin Regenschauer im Süden des Allgäus. In Teilen vom Ostallgäu und im Unterallgäu bleibt es trocken. Die Sonne zeigt sich zeitweise im Unterallgäu und in Kempten. Die Werte liegen bei 13 Grad. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter. Nur im südlichen Ostallgäu kann es noch zu Regenschauern kommen. Die Sonne zeigt sich vielerorts immer mal wieder. Nur im Westallgäu bleibt es bewölkt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 15 Grad. In den Bergen ist morgen von der Sonne nicht viel zu sehen. Allerhöchstens auf dem Gründen zeigt sie sich gelegentlich hinter einigen Wolken. Auf dem Nebelhorn kann es sogar noch mal weiß werden. Die Werte liegen hier bei um die 0 Grad. Und bis zu 7 Grad auf dem Tegelberg. Auf dem Gründen verhältnismäßig mild mit 9 Grad. Am Sonntag Regenbogenwetter bei einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Und Temperaturen von bis zu 11 Grad. Zum Wochenstart zeigt sich die Sonne wieder öfter. Die Werte liegen bei um die 15 Grad. Am Dienstag werden zumindest die Temperaturen wieder etwas sommerlicher. 21 Grad an der Spitze. Viel Sonne gibt es allerdings nicht. Also was das Wetter angeht, alles dabei an diesem letzten Mai-Wochenende. Kein schlechter Zeitpunkt vielleicht für einen Besuch im Museum. Dazu gleich ein Tipp. Außerdem von Wilpholzried nach Kempten eine regionale Mitfahrtzentrale, von der auch Vereine etwas haben. Gut geht's uns schon ums Allgäu. Hö-ho-ho-ho-ho! Hö-ho-ho! Hö-ho-ho-ho! Hö-ho-ho! Musik Unser Bier Ein Leben ohne Handy, fernab von allen Menschen. Können Sie sich das vorstellen? Die Journalistin Anna Parchan hat für uns einen Selbstversuch gewagt und sich in die Einsiedelei auf einem Kloster zurückgezogen. Welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat, sehen Sie kommenden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Die einen kommen günstig von A nach B, die anderen bekommen einen Teil ihrer Spritkosten ersetzt. Für viele sind Mitfahrzentralen eine günstige Alternative zur Bahn. Dass das auch regional funktioniert, will eine Allgäuer Initiative jetzt beweisen. Farmob möchte eine Alternative zum spärlichen Bus- und Bahnverkehr im Allgäu sein und zum Zweitwagen. Boris Weltermann hat eine Runde mit einer Zukunftshelferin gedreht und herausgefunden, dass auch Vereine von den Fahren und Mitreisenden bei Farmob profitieren. Das Thema mehr Mobilität mit weniger Autos ist auch im Allgäu ein wichtiges. Eine neue Idee dazu ist im Prinzip gar nicht so neu. Mitfahrzentralen gibt es spätestens seit den 70er Jahren. Fahrgemeinschaften zum Benzinsparen. Und eigentlich ist Farmob nichts anderes. Die Plattform, die im Allgäu immer mehr Mitwirkende findet. Eine davon ist Julia Schön aus Wildpolsried. Sie ist Zukunftshelferin und was das ist, erklärt sie mir bei einer Runde durchs Dorf. Du bist eine sogenannte Zukunftshelferin, gell? Ja, ich habe den schönen Titel bekommen. Du hilfst bei was und wem? Genau, also ich helfe gerade hier in Wildpolsried, dass die Leute einen Ansprechpartner haben für Fragen. Ich versuche so ein bisschen die Schnittstelle so darzustellen, auch zu den anderen Vereinen, zu den Vereinen und den anderen Gemeinden. Genau, Farmob ist quasi eine Mitfahrzentrale, kann man das so sagen? Genau, es ist eine Mitfahrzentrale und das Besondere daran ist, es ist speziell für unsere Region gedacht, weil die bisherigen Mitfahrplattformen sind eigentlich, also da guckt man drauf, wenn man längere Strecken fahren will. Genau, das ist eher so überregional, wenn man nach Berlin muss oder sowas. Ja, leider, ja, das Bussystem noch nicht ganz so weit ist, es sind gerade oft auch kleine Strecken, schwierig und das ist so das Besondere an Farmob und das Tolle auch. Okay, und dann kriegst du natürlich von dem, der jetzt mitfährt bei dir, kriegst du irgendwie, kriegst du dann Geld, also wie bei der normalen Mitfahrzentrale? Genau, also es ist so, es kostet 1 Euro pro 10 Kilometer, es wird am Anfang dann auch angezeigt für die Strecke, wie viel Geld das ungefähr ergibt und da ist Farmob auch wieder ein bisschen besonders, weil die Idee ist dann langfristig, dass das Geld nicht beim Einzelnen bleibt, sondern dass man das für Vereine spenden kann. Genau, du hast eben die Vereine schon erwähnt, genau. Also du kriegst das praktisch, was du an Fahrtgeld bekommst, das kannst du, wenn du möchtest, den Vereinen geben. Genau, so dienen die Vereine zum einen irgendwie als Multiplikatoren, weil die natürlich auch viele Leute gerade auf den Dörfern erreichen und zum anderen können die irgendwie selber auch noch profitieren. Und es gibt so viele tolle Vereine, die gute Sachen machen, ja, dann kann man die einfach noch so mit unterstützen. Wie viele Leute gibt es denn in Wilpolsried, die Fahrten anbieten? Genau, also momentan sind jetzt in Wilpolsried, ich glaube um die 35, die sich schon angemeldet haben und fünf Vereine sind schon dabei. Wenn du sagst, das sind Multiplikatoren, dass die Vereine praktisch wieder mehr Fahrer praktisch aktivieren. Genau. Und mehr Fahrer bedeutet auch wieder mehr Geld für die Vereine? Genau. Aha, okay. Da gewinnt ja quasi jeder. Ja, auf jeden Fall. Und auch, also auch man selber, es ist ja irgendwie schön, wenn man weiß, man kann jemand anders helfen oder einfach, man lernt jemanden kennen auf der Fahrt. Und für die Umwelt, ja. Klar. Und es gibt es nicht nur in Wilpolsried, sondern es gibt es in vielen Teilen des Allgäus inzwischen, oder? Fahrmob. Also ursprünglich kommt es aus Ottobeuern, da ist es auch wirklich schon super aktiv. Aber jetzt, ich glaube 20 Kommunen circa sind wirklich im Ganzen, also hauptsächlich Oberallgäu, äh Unterallgäu mit dabei. Ja, jetzt sind wir ja, jetzt sind wir schon wieder da. Genau. Sehr schön, wir haben eine schöne kleine Dorfrunde gemacht. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch viele Mitfahrer. Danke, ich freue mich drauf. Und viele Vereine und vielen Leuten, denen du helfen kannst, Zukunftshelferin zu sein. Danke, dir einen schönen Tag. Dir auch, vielen Dank. Ciao. Ciao, gute Fahrt. Danke. Danke schön an Boris Weltermann. Sao Paulo, Havana, Chicago. In diesen und neun weiteren Städten dieser Welt war das Projekt CityX bereits. Jetzt ist es auch in Kempten. Das Projekt ruft Bürger dazu auf, ihre Stadt und was sie für sie charakteristisch macht, zu zeichnen. Was mit den hunderten von Bürgerkunstwerken dann geschehen ist, wir haben reingeschaut in die Sonderausstellung im Kempten-Museum. Ob vor der Toilette oder über dem Notausgang, Piktogramme sind weit verbreitet. Hier in Kempten gibt es aktuell eine ganze Sonderausstellung mit Piktogrammen. Aber nicht etwa von Notausgangsschildern und Co., sondern passende zur Stadt Kempten. Die Künstlerin dahinter ist Doris Graf. Im Rahmen des Projekts hat sie Kemptener dazu aufgerufen, ihre Stadt in einer Zeichnung darzustellen. Dazu war sie auch in der Kemptener Innenstadt unterwegs und hat Menschen zum Zeichnen angeregt. Viele seien zunächst unsicher gewesen. Man versucht sie dann zu motivieren, das kriegen sie hin, versuchen sie es ganz einfach. Und sie machen das dann und fangen an mit ganz leichten Linien und plötzlich entsteht ein wahnsinnig gutes Bild. Und danach sagen sie mir, jetzt hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so etwas entstehen konnte und ich muss so etwas öfters machen wieder. 900 Zeichnungen sind so entstanden. Die Kunst der Bürger hat Doris Graf anschließend nach Themen sortiert und sich von ihnen inspirieren lassen. Sie sozusagen in mehreren Piktogrammen zusammengefasst. Wichtig ist es dann für mich, dass es ein tolles Bild wird. Also dann bin ich dann mehr oder weniger bei den Motiven. Wichtig ist dann, dass es einfach ein cooles Bild wird. Und dass ich so dann die Ideen der Menschen einfangen kann und repräsentieren kann. Neben den Piktogrammen sind hier im Kempten-Museum auch viele der Kunstwerke der Bürgerinnen und Bürger ausgestellt. Die Darstellungen sind sehr unterschiedlich, was mit Sicherheit auch an den verschiedenen Altersgruppen der Künstler liegt. Für die Jugendlichen gibt es ein eigenes Piktogramm. Und da habe ich so diese Darstellung, die Freizeitnutzung bekommen, die sportlichen Aktivitäten wie Fußball, wie Handball oder natürlich die Skater haben gezeichnet. Und überhaupt sich mit Freunden zu treffen, ist den jungen Menschen natürlich auch sehr wichtig in der Stadt. Das habe ich hier auch dargestellt mit einem Bubble Tea in der Hand. Die Stuttgarter Künstlerin hat ihr Projekt bereits in mehreren Städten durchgeführt. Die Kempner aber haben sie überrascht. Denn sie haben auch die Umgebung und typische Allgäuer Symbole gezeichnet. Diese sind im Piktogramm drumherum zusammengefasst. Weitere Piktogramme gibt es zur Geschichte, der Basilika und der Iller. Auch die Allgäuer Festwoche der Park- und die Lebensart sind dargestellt. Allerdings haben die Kempner nicht nur die positiven Seiten ihrer Stadt gezeichnet. Das Werk Kritik zeigt, was Kempnerinnen und Kempnern an ihrer Stadt fehlt oder was sie nicht mögen. Mehr hätten zum Beispiel, sie hätten gerne mehr Möglichkeiten oder bessere Wege für die Fahrräder, mehr Parkplätze, mehr Blumen, mehr Bäume. Und historische Bauten finden sie auch, dass man bewahren sollte. Und was sie gar nicht mögen, ist natürlich die verschmutzte Stadt, Autos, die die Stadt verschmutzen und verpesten oder überhaupt Gewalt. Dann auch hier die Hochhäuser, die möchten sie nicht so gern. Also diese monotonen Bauten und Baustellen, das stört sie. Das Projekt ist in Kempten bereits 2021 gestartet und wurde von Anfang an vom Kempten-Museum unterstützt. Der Start war allerdings etwas holprig. Während Corona war es schwierig, die Leute online zu erreichen und auch zu aktivieren und uns ihre Zeichnungen zu geben. Was super funktioniert hat, waren die Aktionen, wo wir dann in der Fußgängerzone waren oder beim ABC-Sommer oder beim Stadtfest, also im öffentlichen Raum. Das hat sehr gut funktioniert. Bei diesen Aktionen kamen viele Zeichnungen zusammen. Alle Bürgerzeichnungen wurden bereits letztes Jahr anonym ausgestellt. Wir hatten dann im November letzten Jahres eine große Ausstellung mit den gesammelten 900 Zeichnungen im Marstall. Und das war auch sehr schön, weil wir auch da viele Besucherinnen und Besucher hatten, die dann ihre eigenen Zeichnungen nochmal gesucht haben in dieser Ausstellung. Die aktuelle Ausstellung CityX, ich, Kempten, kann noch bis zum 11. September hier im Kempten-Museum besichtigt werden. So, jetzt geht's ins Wochenende. Wir können uns Samstag und Sonntag nochmal zum Wochenrückblick sehen. Ansonsten seien Sie unbedingt dabei, wenn Boris Weltermann Sie am Montag mit in die nächste Woche nimmt. Autohaus Dokic in Germaringen. Vereint das Beste aus zwei Marken. Hyundai und Nissan. Direkt an der B12. Es freut sich auf Sie. Familie Dokic mit Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017